Es ist offen! Schauen wir mal, wer da kommt. Ja. Oh mein Gott! Kommen Sie mit uns? Nein, es ist lieber Lacoste, meine Damen und Herren. Die Diva. Und sie und her. Mein Gott. Bravo! Merci, mes amis. Merci! Bonsoir, ich bin die Diva La Grotke. Bonsoir et enchantré. Ich bin ja eigentlich dazu geboren, eine Diva zu sein, Léonie. Schon mit drei Jahren konnte ich alle Mozart-Überen im Plattenschrank meiner Eltern auswendig mitsingen, inklusive der Kratzer auf den Platten. Und einem Mann, die sag ich gerne heute Nacht. Ich bin eine sehr nachdenkliche Diva. Ich denke zum Beispiel seit Jahren darüber nach, wer ich bin, wo ich bin und natürlich, wie schön ich wirklich bin. Und ich kann Ihnen versichern, war auch nicht billig. Und in Wetter wärmst du die Diva. Zum Glück habe ich heute Abend hier in diesem Etablissement mein erstes Blind-Rendezvous mit einem Mann vom Tanz-Tee im Internet. Das Beste, so bist du halt. Doch du, du bist nicht allein, von deiner Art, ich ist tausend, komm einfach vorbei. Schlampe, Mann oder Frau, eine Schlampe, richtige Sau, kleine Schlampe, komm in den Schlampe. Und jetzt kommen wir zur nächsten Grüße. Ich bin touchiert von ihm, weil er ist wirklich ein Tausend Sasse an den Instrumenten. Er spielt Geige, Gitarre, Klavier. Er ist sozusagen der Casanova am Klavinova. Nespas, Böblingen, einen riesigen Applaus für Kinder. Will ich keinen, dafür pro Woche ein Diamant. Ich will 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 pro Woche ein Diamant.